Willkommen zurück, Leute! Es geht weiter mit Kirby Star Allies und der Störbastion. In diesem Part werden wir wohl langsam die Hauptgegner dieses Games antreffen. Bisher haben wir ja nur Referenzen zu bekannten Kirby-Spielen mehr oder weniger gehabt. Aber erstmal möchte ich dieses Bonus-Metal hier erkunden. Was? Aufnahmeknopf? Ne, ich nehm doch schon auf. Danke, brauche ich nicht. Oh Gott, die Musik hier ist ja mega creepy. Ah, das ist auch eine Referenz an irgendein älteres Kirby-Game. Ich glaube, Robobot. Aber... Kann ich nicht genau sagen. Eigentlich finde ich diese Kumpels toll. Also, kreik ich mir die Wasserfähigkeit selbst. Denn es wird sicherlich nicht ohne Grund... Wasser oder Eis hier. Ja, ich seh's schon. Eigentlich erinnere ich mich an eine ganz... Ja, stimmt. Ne, man braucht beide. Moment. Hier hat man eine ganz besondere... Kombination. Dann mach ich dich mal weg. Okay, die Gegner sind wieder da. Denn wenn ich's so mache... ...kombinieren wir Wasser und Eis zu... ...einen... ...Zapfenlanzenhagel. Einen mega starken Angriff. Der, wenn man den bei Buskämpfen koordinieren könnte, echt reinhauen würde. Aber leider... ...sind die... ...Kumpels da immer mit was ganz anderem beschäftigt. Deshalb... ...klappt das da nicht so gut. Aber in diesem Landeln... ...sind die... ...Komputer zum Klicken... ...best du brauch profaniert... ...den Landeln zu sparen. Deswegen machen wir das nicht. Man muss das übrigens nicht aktivieren, indem man nach oben hält, wie ich es mache. Ich könnte auch... ...den Move hier machen. Und wenn dann der... ...Eisdude einen Angriff macht, egal welchen... ...zolang es halt ein Eisangriff ist... ...dann würde es auch diese Zapfenlanze machen. Aber es sieht so aus, als werden wohl... ...hauptsächlich gekämpft in diesem Bonus Level. Und es geht auch direkt weiter. Deswegen... ...werde ich auch die Lanze weiter benutzen. So gut es geht. Guck mal, der Computer ist super schlau... ...die Seite vorher zu wechseln, damit er den Angriff auch in die richtige Seite macht. Okay, lass uns weiter schießen. Leider... Oh. Okay, mit Wasser habe ich leider wenig... ...wegen diese hier einzusetzen, aber unsere... ...Kumpels haben es zum Glück geregelt. Was ist das eigentlich? Ist das eine Pinselrolle? ...Hashtag Narum, das sponsert mich. Oh, die Musik wird sogar noch grusierer. Okay, und ein Feuerdude ist hier. Ich würde mal... ...das heißt, wir sollen eine weitere Kombination ausprobieren. Ähm... ...Rutzlau? Danke. Nämlich Feuer und Wind wird zu steigend, Rutzlau. Eigentlich passt dasselbe, nur halt mit Feuer und Wind. Und deswegen natürlich sehr effektiv gegen Eis und Heilige Scheiße. Das kommt richtig rein. Okay. Okay. Außerdem können wir damit gut angreifen, ohne wir die Seite wechseln zu müssen. Deswegen machen wir das ohne Ende. Und leider... ...muss ich aber... ...den da oben... Ah, das wohl auch gut gemacht, weil man jetzt auf diese Seite... ...gegen das Boden. Leider ist... ...leider ist der CPU jetzt viel dummer als der letzte. Und was soll das denn jetzt finden? Okay. Das habe ich gleich nicht erlaubt, aber macht es meinetwegen schon. Meta Knight, möchtest du das auch mal einsetzen? Dankeschön. Okay. Eure Rüstung brennen wir weg und euch gleich mit dazu. Ich gehe ganz gefährlich unter der Säge drunter durch und schaut mal was wir hier haben. ... ... ... ... ... ... Jetzt bin ich voller Staub und... ... 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 Okay. ... ... ... ... ... Okay, jetzt ist der CPU schon... ...hat keine Lust mehr auf die Combo. Oder? Hallo? Okay, ich glaub, der hat einfach einen sehr niedrigen U-Q. Weiß ich schon mal wen, ich nur auf diesen Kampf hier austausche. Come on, greif ihn an! Greif den Boss an! Uff! Ah. Wie bin ich besser bedient, wenn ich mich selbst in Flammen stecke? Okay. Und Dora, du wirst ausgetauscht. Haben wir noch Feuer und Eis kombiniert? Nee. Da aktiviert sich nur Metanide, wie's aussieht. Mhm. Oh, ein Schalter. Möchte jemand von euch? Okay, Metanide hat es mit Umregen abgebild. Äh, hatten wir überhaupt schon das Regenbogenpuzzletail? Kann man das eigentlich irgendwo anschauen? Ich glaube nicht. Weil hier ist das Ziel und ich kann mich an keinem so widdeln. Dann hoffe ich, ich hab's nicht verpasst. Denn ich wüsste echt nicht wo. Und Bonus mit hoffentlich dem ersten Ergebnis. Jawoll. Langsam hab ich's drauf. Ich hab sogar ein ganz neues Puzzleteil gefunden. Okay, wir haben's. Ich hätte mich auch sehr gewundert, weil... Ich kann mich nicht erinnern, dass die Regenbogenpuzzleteile so gut versteckt waren, dass man nicht mal wusste, wo die sind. Vor allem in dem Level gab's ja jetzt kaum Möglichkeiten für Verstecke. So, und wir kommen zum nächsten Buster in dem Weitsichtwehrgang. Komischer Name. Aber wir schauen mal rein. Und stimmt, das könnte ich auch mal zeigen. Wir können... ...einen unserer Freunde steuern, indem wir auf ihn drauf springen. Und Gedankenkontrolle mit ihm machen. Oh, bei Metanoid ist es sogar grad mega gut, weil der hat Windschwert und kann deshalb noch oben. Aber leider steigt man auch sehr leicht wieder versehentlich ab. Aber trotzdem, ich wär jetzt mal... Ah ja, und man kann keine... ...Pombie-Power benutzen. Das heißt, ich könnte jetzt... Autsch. Ich kann meine... ...das Element vom Metanoid-Schwert jetzt nicht wechseln. Weil wenn ich nach oben drücke... Ich kann auch keine neuen Freunde ins Team nehmen. Wenn ich nach oben drücke, dann geht es hier auf Absteigen. Oh ja. Ich glaube, hier gab's auch irgendwo ein Geheimnis. Was? Da gab's echt nichts. Okay. Metanoid keine Intonado. Kann ich ja sogar mal die Rob-Kramfahne dadurch zeigen. Was die so können. Wenn ich nicht völlig... ...versage dabei. Okay, Moment. Ich muss erstmal noch Secrets ausschauen. Zum Beispiel das da oben. Eigentlich können diese Segen sogar zerstören, indem man... ...ein bestimmtes Element auf sie einsetzt. Aber leider haben wir das gerade nicht zur Verfügung. Deswegen geht das nicht. Okay. Der Stein... Mario Metanoid! Ah, ich habe ihn nicht. Der Stein könnte hier... ...relevant sein. Deswegen nehme ich ihn nicht. Da ist noch ein Stein. Ich popse dich mit der Faust weg. Und natürlich ist der Stein hier relevant. Ein Super-Mario-Pops ist hier gewesen. Ein Bonus-Raum. Indem wir... Ah! Ebenfalls eine neue Kombination austesten. Also... ...das haben sie wirklich gut gemacht, finde ich, in den Games. Es gibt richtig viele Kombis. Zum Beispiel kann ich jetzt als Stein... ...mit der Psychofähigkeit kombinieren. Zu einem Geokineser. Leider bin ich schon wieder der Super Mario-Bopp. Und dann können wir nämlich die... ...diesen Schalter hier aktivieren. Und uns ordentlich über ganz viel Essen freuen. Und unsere Kumpels abknutschen. Wir sind ja alle... ...gute Freunde. Und irgendwie bin ich gerade nur dieser... ...Mario-Bopp. Jetzt bin ich das Freundesrat. Oh, Terranza. Und... ...Dark Meta Knight. Das war der, den ich meinte, als ich sagte... ...Mario-Bopp. Es gibt noch andere Drang-Freunde, die ich mehr mag als Meta Knight. Denn was ist natürlich cooler als Meta Knight? Einen guten Meta Knight. Was sonst? Okay. Kann ich mit der Stein-Fähigkeit eigentlich diese Kälte zu stürmen? Nein, kann ich nicht. Aber... Mit der Geokinese geht es offenbar. Und ich bin schon wieder das Super Mario-Bopp. Okay. War aber irgendwie nichts Relevantes drin? Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Äh? Ich wurde aber nicht getroffen. Ah, jetzt bin ich eine große Kürbelstaltung. Das passt doch vielleicht mal viel besser. Ich spiele mich schließlich Kürbel und nicht Super Mario. Und wir haben das Wegenbürgen-Posital. Okay. Dann... ...rutsche ich als Kürbel. Jetzt kommt die Terranza hier runter. Ich fänge schnell den Angriff. Boxet den, wer mit der Faust voll in die Stacheln rein. Das war ja mega brutal. So. Und wie ihr sehen könnt, kann man diese Fähigkeit auch nutzen, um in sonst schwer erreichbare Urte zu kommen. Und dann rutschen wir gleich noch runter und aktivieren den Schalter, der uns den Weg zum Bonus eignet. Fünf Sachen gleichzeitig. Erledigt. Und da ist der Schalter-Palast. Jetzt... Jetzt bin ich wirklich bei Mario angenehmt. Aber so falsch ist es nicht. Denn es ist der Schalter, der den Traum-Palast öffnet. Also doch irgendwie ein Schalter-Palast. So, wer bin ich jetzt? Oh, Susi! Ein Bestel! Okay. Damit können wir uns dann durch das Tor begeben. Und jetzt müsste aber auch langsam mal der Ross kommen. Und so ist es auch. Dann werde ich mal euch beiden, oder eher drei, zurückstellen. Hm. Ich will aber eigentlich keine von eurer Fähigkeiten. Wobei... Der Kiefer reizt mich eigentlich schon. Mitternight. Fast hättest du dich umgewandelt. Ich sag's ja nur. Okay. Der Kiefer kann auch nicht mit Elementen kombiniert werden. Aber hier stimmt. Und der Kiefer kann auch so ein bisschen fliegen. Eine mega steile Standvertacke. So. Dann bin ich jetzt gespannt. Was wird der Boss wohl dieses Levels sein? Schon der zweite Boss in dieser Welt. Im dritten Level. Wir haben das schwarze Herz erreicht. Das jandere Herz. Und eine Frau schnappt es sich. Wie könnte es auch anders sein? Störjur. So begrüßt man sich auf meinem Planeten. Ich bin Franziska. Eine der drei magischen Meisterinnen. Zusammen kontrollieren wir die Festung der Schatten. Die man auch Störbastion nennt. Unser Ziel ist es, die drei Stücke des dunklen jandere Herzens zu sammeln, die im weiten Universum verbogen liegen. Ich hab das mal für euch übersetzt. Sobald wir sie haben, sind wir in der Lage, unsere wirren Visionen zu ver... äh... Entwirren. Verwirren, wie? Aber mir fehlt die Zeit für überflüssiges Geklapper. Daher genug damit. Solltest du aber jemals auf die Idee kommen, dich uns in den Weg zu stellen. Ja, das mach ich schon die ganze Zeit. Dann muss ich dich auf Eis legen. Und das für alle Ewigkeit. Franziska, die eisige Meisterin. Sie hat uns zwar schon zugeplabbert, aber wir schauen trotzdem noch ihre Lore an. Die frostige Franziska ist eine der drei Meisterinnen der Magie und Anführerinnen der Streitkräfte von Störbastion. Ihre eiskalten Angriffe lassen ihre Gegner bis ins Mark erzittern. Und wie ihr euch denken könnt, ist natürlich ein ganz bestimmtes Element effektiv gegen sie. Was ich extra nicht genommen habe. Damit der Kampf nicht so schnell so geht wie Wispy Wutz. Denn wir sehen könnt sie eigentlich einiges auf dem Kasten. Kann auch antäuschen und die Seite wechseln. Und eine riesige Axt nach uns schmeißen. Aber ich kann sehr schnell fliegen. Deswegen können wir schnell ihre zweite Phase erreichen. Jetzt macht sie einen Supermode. Den man aber ausweichen kann, indem man sich direkt unter ihr stellt. Okay. Aber jetzt ist gerade das Feld voller Eis. Das ist sehr schwer zum Ausweichen. Ich schmeiße einen Stern nach ihr. Ist ja sogar ohne Schaden. Oh, ein Bärmow. Wart mal drauf wie sie lacht. Voll cute, oder? Ja. 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 Sehr schön. Muss ich mir aber gut überlegen, wen ich ins Team hole. Denn wir haben jetzt schon eine echt große Auswahl. Aber ich möchte möglichst einen der neuen Traumfreunde im Team haben. Nämlich, nenne Susi. Das Beste. Und mit ihr und Meta Knight machen wir uns auch zum westlichen Wall. Wenn ich mich nicht irre genau, dann starten wir direkt los. Ach so. Der Typ ist gut, den hab ich noch nicht... Okay, lass uns mal Susi auf den Kopf springen. Sie hat eine Laserknarre. Die kann sie glaube ich nicht aufladen. Leider kann ich keinen nach oben rufen. Ah, ich glaube ich. Oh doch. Ich kann ihre Hauptfähigkeit gar nicht einsetzen, dachte ich gerade. Aber doch, das kann ich. Nämlich kann sie einen dicken Metch an ihrer Seite rufen. Und mit dem kann sie ordentlich abgehen. Kann man Raketen schießen. Aber Moment. Lass mich mal schnell absteigen. Okay, nein, da kann man nicht rein. Ich dachte ja nur. Kann man hier rein? Nein. Okay, außerdem hat sie einen Helicopter, wie man sehen kann. Und oh Gott, die Runden da machen ja Angst. Die haben nämlich einen extrem hohen Rorges. Moment, kann man die nicht sein? Äh, so schon mal nicht. Aber Metopus, komm jetzt schafft's. Ja, man kann sie! Oh, das sieht ja mega cool aus mit der Kröbel. Und damit können wir eine absolute Vernichtung entfesseln, die den ganzen Bildschirm in Schutt und Asche legt. Unsere Traumfreude auch gegen den Bildschirm krachen lässt. Und ja, sie haben keinen Schaden genommen. Kann man sehen. So. Und die Gegner aus Respawn sowieso immer hier. Also hat's echt wenig gebracht, wenn ich ehrlich bin. Also eigentlich voll die sinnlose Fähigkeit. Aber... sehr cool anzuschauen jedenfalls. Okay, ich habe noch kein Geheimnis entdeckt. Das macht mich ein wenig... spitzig. Aber es scheint immer weiter nach oben zu gehen. Zu diesem Leiternhof. Uiuiui. Das wäre fast der nächste Abgrund gewesen, in dem ich stürze und direkt noch einen. Aber befindet sich hier vielleicht was? Wo? Ich werde von Meta Knight nach Rumpel? Oder von Susi? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nicht runterstatzen. Aus irgendeinem Grund. Ich glaube, es liegt entweder an Meta Knights Windschwert oder an Susi. Ich glaube, ich mache das lieber selber. Ich habe das nicht. Und deswegen komme ich mal in den Mund. Hier können wir gleichzeitig einen Fuß haben. Und wie immer, ich nehme ich auch noch mit. Dann haben wir jedenfalls ordentlich unser Team aufgestoppt. Und was haben wir hier? Einen Schlüssel? Oh je, das ist gefährlich. Während ich den Schlüssel trage, kann ich nämlich nicht fliegen. Und ich kann den Schlüssel auch nur sehr ungelenk werfen. Deswegen können jetzt schlimme Dinge passieren, wenn ich versuche an diese Leute da zu springen. Aber ich hätte es geschafft. Kann damit den nächsten Bonus aktivieren. Susi ein Küsschen geben. Damit ist mein Ziel im Leben auch erfüllt. Und was finden wir hier? Wir finden noch einen Schlüssel. Oh je. Das kann böse ausgehen, aber ich schaffe den Sprung. Na, ihr merkt schon. Langsam werden die Bonusareale ein bisschen trickier. Damit haben wir wieder einen neuen Zusatzabschnitt. Mal schauen, ob wir das auch noch schaffen in dieser Folge. Aber es könnte krank werden. Wie ich sehe, haben wir da oben aber auch gleich eine Kombi-Tür. Schauen wir mal, wo uns was hinführen wird. In einen Raum mit einem Fußband und vielen Gegnern. Aktivieren eine Schalte, das macht ein paar Bonusstellen. Unsere Kumpels oben sind auch auf Zett. Nein, nicht die Bombe da. Die wollen wir jetzt nicht nochmal ins Face haben. Und da kriegen wir... oder Susi kriegt das... Oh, danke Susi. Oh, habt ihr das gesehen? Weiß ich glaube ich, wie sie das macht. Oh, war das eine gute Idee oder hätte ich mich hier erstmal umsehen sollen? Ich kann leider nicht mehr raus. Aber ich glaube, oh, das war ganz schön knapp. Ich sollte aufpassen, wann ich mich hier durch diese beweglichen Plattformen durchschieße. Jetzt wäre zum Beispiel echt schlicht gewesen. Boah, das war aber trotzdem echt knapp. Und... Da ist das Ziel. Wir können nicht mehr zurück. Also vermute ich, da gab es nichts. Jetzt wieder so ein Quickdown. Und wir sind wieder beim Bonus. Ja, aber langsam habe ich das Timing raus. Ich schaff's zwar immer nur bis ran an den... Äh... Rand der Wolke. Aber... Plattform 1 ist Plattform 1. Und schon wieder ein neues Puzzle. Hiiii! Und schon wieder ein neuer Bus, wie wir sehen können. Sektor B. Sektor B. Ja, ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Denn jetzt geht es mit diesem Stern auf die nächste Ebene. Die wir uns schon komplett anschauen können. Aber bevor wir uns dem Boss widmen, starten wir in Sektor B, wo wohl ein besonderes Level auf uns wartet. Oh, was ist das für eine Musik? Die Plattformen bewegen sich. Okay. Da wechsle ich gleich mal drauf. Und was ist das? Eine neue Teamfähigkeit? Das... Muss die aufsogracht? Nein, das ist der Frieszug. Schön die tolle Mütze, die Kürby aufhört. Aber jetzt muss ich mich konzentrieren, denn... Wir rasen jetzt durch die Gegend! Ich kann springen, okay... Und das muss ich auch, um diese Items einzusammeln. Die Gegner können wir einfach überrollen, ähnlich wie mit dem Kreis. Aber wir können auch einfach Wände hochklettern, senkrecht, eben wie ein typischer Zug ist erwacht. Und ich hoffe, dass wir richtig jawors. Denn wenn wir hier das Puzzleteil verpassen, ist es echt schwierig, das wiederzubekommen. Okay, jetzt sind wir sogar an der Decke. Ich habe da irgendwas gesehen, aber konnte es nicht genau identifizieren. Ich glaube, an die Wand krachen sollten wir aber eher nicht. Das haben wir aber ganz gut gelöst, glaube ich. Kann ich auch an der Wand springen? Nein. Okay, oben sind noch mehr Wunden. Und da ist der Sperrhol-Winiel. Okay, haben wir also noch eins dieser Wunden gefunden. Also, wollte ich eins verpasst haben, werde ich definitiv die Orte von den Restlichen nachschauen und nachholen. Sieht bisher eigentlich ganz gut aus. Wir haben auch hier das Regenbogen-Kurserteil gebunden. Können den Schalter aktivieren, um durch die Tür zu kommen. Das Bild fängt auch ein bisschen anzulecken bei mir, deswegen muss ich noch den Level nochmal auf Schluss machen. Okay, hier sind ganz viele Gegner und Steine, die auf uns drauf fallen. Und von oben verballert uns eine Kanone. Und jetzt müssen wir noch gegen den Koch-Kurserteilen finden, wo der Kopf ist. Ja, ja, das ist schon schwieriger, aber ich habe irgendwie noch keinen Schaden genommen. Und da ist der Koch auch schon tot. Und warum habe ich jetzt Schaden genommen? Der war doch... Achso, war bestimmt die Kanone. Ja. Na, lass mal den Kurt mitnehmen. Er kann uns vielleicht noch helfen. Denn ich glaube... Okay, hier wäre jetzt eine perfekte Situation für den Kurt gewesen, aber... Er hat mir doch keine Lust, uns zu heilen. Und, äh, Susi? Hast du Probleme? Ja, gut, dann... Lassen wir sie mal machen und gehen lieber weiter. Dann haben wir das Level scheinbar schon abgeschlossen. Und wieder ein Bonusspiel. Und... Oh, ich glaube diesmal das Timing habe ich versaut. Ja. Schade. So. Aber wenn ich diese rosa Puzzleteile sehe, dann sind wir wirklich fertig mit dem nächsten Puzzleteil. Zumindest die rosanen Teile. Hiiii. Und somit haben wir die zweite Ebene der Störbastion erreicht. Hier kann man schon verheißungsvolle Einblicke erhalten, wie es weitergehen wird in der nächsten Folge. Aber für heute ist hier Schluss. Und wenn ihr gespannt seid auf den nächsten Part, dann könnt ihr gerne liken und kommentieren. Und alle anderen Dinge tun, die euch Spaß machen. Eine Pizza essen oder Fußball spielen. Aber denkt daran, den Mindestabstand einzuhalten. Und dann freut euch auf den nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss.